Nein, Süßigkeiten, seid ihr euch einig? Ja, wenn ein Fräuchchen hier rumputzt, dann ist es langweilig, dann kann man noch zusammen ärscheln. Macht ihr prima, super, klasse, dauert noch ein bisschen, ne? Ja, könnt ihr noch eine Weile weiter ärscheln, ihr Süßigkeiten. So, guck mal, ich habe euch den Stuhl beiseite geholt, dann habt ihr beide Sonne, das ist doch cool, ne? Ja, gut, viel Spaß noch, ich beeile mich, danach gehen wir und so weiter, sage ich jetzt mal nicht.